Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich der Riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns den Bitcoin Pump an, der durch Tether und einige Wale hier verursacht wurde und die Frage ist natürlich, wann der Kurs das nächste Mal explodiert. Außerdem gucken wir uns an, wie sich der Bitcoin in der letzten Zeit um 9000 Dollar halten konnte und zu guter Letzt blicken wir noch auf den Krieg zwischen dem Bitcoin und dem US-Dollar, denn es gibt einen Binance Investor, der hier das Ende des Dollars sieht. Wir gucken uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um den Tether Pump, den wir in der letzten Zeit miterlebt haben. Das Thema ist ja schon häufiger aufgekommen, dass wir beim Bitcoin doch ein relativ großes Problem mit der Manipulation des Marktes haben. Ich glaube jeder von euch hat davon in der Vergangenheit schon gehört. Auch die SEC hat im Kontext zu dem Future und dem ETF Anträgen usw. bereits dieses Thema häufig mit in den Vordergrund gerückt und hat dieses Thema auch häufig bemängelt, denn die ganzen Plattformen bzw. die Personen und Unternehmen, die diese Anträge eingereicht haben, können natürlich diese Manipulation nicht komplett eindämpfen. Das ist aber in der normalen Wirtschaft auch nicht 100% möglich und es gibt letztendlich ja Sanktionen dafür, wenn man hier illegale Dinge tut. Von daher wäre das wohl der richtige Weg. Unabhängig davon haben wir aber mitbekommen, dass es nun ungewöhnlich hohe Anzahlen an großen Tether Transaktionen, an Crypto Exchanges gab. Der Twitter Account WellAlert, den ihr euch gerne mal angucken könnt, der postet in der Regel relativ aktiv auf Twitter verschiedene Transaktionen, die relativ groß sind. Und hier wurden verschiedene Transaktionen eben aufgezeichnet. Am Montag gab es eine Transaktion von 16 Millionen US Dollar Tether Tron an Binance, das quasi von Binance auf ein unbekanntes Wallet geschickt wurden. Dann am ebenfalls gleichen Tag gab es nochmal 6 Millionen US Dollar Tether ERC20 Token, die an ein unbekanntes Konto bzw. ein unbekanntes Wallet an BitPhoenix geschickt wurden. Und dann haben wir natürlich auch noch diese 40 Millionen US Dollar Tether vom Bitcoin gesehen, grundsätzlich die übertragen wurden. Das heißt also, hier sehen wir natürlich, dass ordentlich Transaktionen gerade stattfinden. Und diese riesigen Transaktionen, die stattgefunden haben in der Vergangenheit, die haben häufig dazu geführt, dass es einen unglaublichen Pump nochmal gab. Hier profitieren natürlich vor allem die davon, die große Mengen an Kapital haben, zum richtigen Zeitpunkt dann quasi sich eindecken mit Coins und dann anfangen diese dann wieder abzustoßen in dem Moment, wo der Kurs nach oben geht. Macht natürlich irgendwo Sinn, das ist aber relativ schwer zu erkennen, wann dieser Moment tatsächlich eintrifft. Natürlich gibt es Indikatoren, die uns die Möglichkeit geben zu erahnen, dass es solch eine Bewegung gibt. Aber der Bitcoin ist eben nicht wie ein Unternehmen, denn ein Unternehmen hat natürlich entsprechende Neuigkeiten, Entscheidungen der Geschäftsführung oder des Vorstandes oder ähnliches. Und dadurch entwickelt sich quasi der Kurs entsprechend positiv und negativ. Sicherlich gibt es noch mehr Einflussfaktoren. Bei Bitcoin ist es aber relativ, ja quasi kurz diese Liste, wie viele Einflussfaktoren es tatsächlich gibt, die wirklich maßgeblich Einfluss auf das ganze Thema entnehmen können. Und letztendlich müssen wir eben auch uns darauf vorbereiten, dass es hier zu einem riesigen Pump kommen kann. In dem Moment, wo so viel Terra einfach nachgedruckt wird und die Plattformen haben oder in dem Fall Binance hat ja sowieso auch die Möglichkeit, ohne Probleme hier weitere Token nachzuproduzieren. Und damit also quasi den Markt auch so ein bisschen zu überschwemmen. Und sicherlich kann es auch dazu geführt haben, beziehungsweise können die Personen, die diese Transaktion durchgeführt haben, vielleicht nur Chain Swaps gemacht haben. Das heißt also, dass sie quasi zwischen Blockchains hin und her getauscht haben, beziehungsweise gehandelt haben. Aber es kann eben auch die Vorbereitung auf einen massiven Kauf sein. Und das ist etwas, was extreme Auswirkungen auf den Markt haben würde. Und das, was wir also, wie gesagt, aus der Vergangenheit mitbekommen haben, ist, dass diese entsprechenden Tether-Transaktionen, beziehungsweise die Pumps, die wir aus der Vergangenheit kennen, immer damit angefangen haben, dass wir also extreme und große Mengen Tether gesehen haben, die hier also quasi gedruckt wurden und dann eben auch transferiert wurden. Letztendlich kann es natürlich auch sein, dass wir hier überhaupt gar keine Bewegungen sehen und dass wir vielleicht einfach neue Neuigkeiten brauchen, wie zum Beispiel das Thema mit China, was wir jetzt mitbekommen haben. Denn wie wir alle mitbekommen haben, möchte China hier die Blockchain-Motion Nummer 1 sein. Und in dem Fall sind tatsächlich auch einige chinesische Projekte innerhalb kürzester Zeit wieder an- oder hochgestiegen. Das heißt also, sie haben ordentlich Kursgewinne hingelegt. NEO zum Beispiel lag bei 57% plus und TRON lag zum Beispiel auch nochmal bei ungefähr 30% plus. Und das sind natürlich auch Anzeichen dafür, dass diese Neuigkeiten wirklich auch Einfluss auf die, ja quasi Kryptomärkte haben, beziehungsweise auf die Kryptowährungen, die also hiermit irgendwo in Verbindung gebracht werden. Wir gucken uns das zweite Thema an und hierbei geht es vor allem um den Kurs, der sich ja aktuell bei ungefähr 9000 Dollar hält. Und das ist etwas, was glücklicherweise ja noch weiter fortbestehen wird, wenn alles gut läuft. Sicherlich kann es sein, dass wir in der nächsten Zeit nochmal eine Konsolidierung sehen werden. Wir haben natürlich jetzt auch wieder einige Personen, Bären, die hier daran glauben, dass der Bitcoin nochmal extrem weit abfallen wird. Teilweise hört man hier so 3000 Dollar Prognosen, aber das ist aus meiner Sicht nicht wirklich realistisch. Sicherlich kann der Bitcoin nochmal fallen, ob er nochmal 7000, 8000 Dollar fällt. Das wissen wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber ich glaube es in der nächsten Zeit eher nicht. Das, was wir vor allem von verschiedenen Analysten sehen, wie zum Beispiel Crypto Fibonacci ist, dass er zum Beispiel davon ausgeht, dass eben diese 3K auch absolut unrealistisch sind. Eher würde er sagen, dass es 5K sind, aber der Preis fängt jeden Tag an weiter zu steigen. Das heißt also zukünftig werden wir wohl einen höheren Wert sehen, der hier quasi als Tiefstand gewertet werden kann oder könnte, wenn es tatsächlich nochmal zu einem Preisrutsch kommt. Aber aktuell sieht es eher nicht so aus. Wir kennen diese ganzen Seitwärtsbewegungen, die wir gerade wieder sehen. Die Volatilität hat so ein bisschen nachgelassen wieder, nachdem wir ja diesen Extremanstieg gesehen haben. Und das lässt natürlich hoffen, dass wir auch in der nächsten Zeit wieder weiter nach oben gehen. Auch Josh Räger hat sich dazu nochmal geäußert. Er glaubt, dass grundsätzlich das ganze Thema hier nochmal nach oben gehen kann, dass die 10K möglich sind, wenn wir tatsächlich es schaffen, hier nochmal quasi ein positives Momentum hinzulegen. Und wenn der Widerstand eben nicht zu stark ist, beziehungsweise eben auch keine Widerstände oder beziehungsweise die positiven Widerstände hier auch gebrochen werden können. Da sind wir also sehr gespannt, ob es tatsächlich passiert. Was wir eben auch sehen ist, dass wir natürlich in der Dominanz wieder nach oben gestiegen sind. Da liegen wir kurz vor den 70%. Natürlich liegt das vor allem daran, dass weitere Altcoins auch Gewinne erzielt haben. Wir sehen eben auch, dass der Bitcoin Fear and Greed Index nun wieder auf 54 gesprungen ist. Das heißt also, er ist ein wenig positiver als neutral. Was also bedeutet, dass die Community die Hoffnung hat, dass wir hier nochmal ein neues All-Time-High beziehungsweise einen weiteren Bullrun sehen könnten. Das heißt also, alles in allem ist die Stimmung sehr, sehr positiv. Es kann natürlich wieder zu einem Rücksetzer kommen, zu einer Konsolidierung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das aber eher nicht greifbar, würde ich sagen. Aber es kann sich natürlich innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen wieder komplett verändern, die Situation, in der wir uns befinden. Und ja, letztendlich hoffe ich natürlich, dass wir hier bis zum Dezember dann die 10k wieder erreichen. Das heißt also, die 10.000 Dollar, dann würde ich quasi auch mit meiner persönlichen Prognose, die ich am Anfang des Jahres aufgestellt habe, recht behalten. Was glaubt ihr, was bis zum Jahresende möglich ist? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Wir gucken uns das letzte Thema an und hierbei geht es vor allem um ein Interview, das geführt wurde. Und zwar hat der Crypto-Investor Andy Chen, der also auch bei Binance arbeitet, hier angefangen über das Thema grundsätzlich zu sprechen. Das heißt also Bitcoin versus den US-Dollar. Und das Ganze wurde hier bei dem chinesischen Fernsehsende CGTN hier publiziert und veröffentlicht. Und er bezieht sich natürlich nochmal auf die Aussagen von dem chinesischen Staatspräsidenten, dass sie quasi die führende Nation im Blockchain-Bereich werden wollen. Das heißt also der größte Konkurrent quasi für Amerika, die ja quasi alles dagegen tun, damit sie tatsächlich hier weiter voranschreiten, was ich persönlich echt ein bisschen schade finde. Lieber ist sicherlich hier nicht der beste Punkt oder nicht das beste Beispiel, was hier genannt wurde. Aber letztendlich merken wir schon, dass Amerika zwar gut dabei ist, vor allem im europäischen Vergleich, aber im Vergleich zu China dann vielleicht doch hinterherhinken wird zukünftig. Und das, was er glaubt, ist vor allem, dass der Bitcoin den US-Dollar zukünftig auseinandernehmen wird. Er sagt dazu, Bitcoin wird den US-Dollar beenden. Das Fiat-Geld wird in drei oder fünf Jahren an einem großen Wirtschaftscrash scheitern und der Preis von Bitcoin wird viel höher steigen. Und das ist natürlich so die Hoffnung von allen, dass wir hier quasi eine Rezension sehen werden und dass wir also einen extrem großen Krater dann hinterlassen bzw. dass die Wirtschaft diesen hinterlässt und das dann einige Jahre braucht, bis wir tatsächlich wieder anfangen, hier Kursgewinne zu erreichen und dass der Bitcoin parallel dazu einfach weiter funktioniert und dass er dann vielleicht sogar mehr Wert hat. Das ist natürlich auch hoch spekulativ und ich würde mich darauf nie verlassen, aber die Möglichkeiten bestehen natürlich, auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht 100% hoch ist oder eben auch nicht super hoch ist, unabhängig davon glauben daran viele und wir gucken jetzt einfach mal, was zukünftig passiert. Auf jeden Fall wissen wir, dass Kryptowährungen eine wichtige Ergänzung für die aktuellen Fiat-Währungen und für das Fiat-System darstellen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber ich glaube eben auch, dass wir noch einige Zeit brauchen werden, bis wir tatsächlich auf dem Niveau sind, dass Kryptowährungen irgendwann mal Fiat-Währungen wirklich ablösen können. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurz und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. !